Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lucky Ways mit den neuen Phantasial Blöcken Wenn ihr mega Bock auf die Folge habt, dann gebt dem Video mal einen Daumen nach oben, nice Kommentar in den Kommentaren und ein Abo wäre auch mega nice Und ich würde sagen auf 3, 2, 1, los geht's los So, was? Nein, dein Ernst, dein Ernst, dein Ernst, Alter Oh mein Gott, was ist das für ein Gast, man, der fickt alles weg Ja eben, slash Spawnpoint Hat's keinen gehabt? Ne, ne, wo ist der Gast hin? Keine Ahnung, ich habe den nicht weggemacht Okay, das war nur Banner Alter Oh nein, das ist das Gute, das ist mir da gefallen Oh nice Oh man Direkt mein erster Block, ein schreckiger Garten Oh mein Gott, ein dicker Creeper Mann, wann ist denn endlich fertig hier? Natürlich eine Blaze noch Ja, und du kannst durchrushen, du Penner, ey Ohne Witz Ja Wenn wir so viel Glück haben Oh, ich habe jetzt volles Inhalte Wow, das bringt, oh, warte mal, wenigstens Waffe hier Kommt nicht, Alter Wie kann es sein, dass du kein Pech hast Ich habe schon Pech gehabt Das glaube ich dir nicht Bei dir kommt keine Scheiße raus Ich fühle mich verarscht, Mann Meinst du das besser? Schon wieder alles voller Scheiße im Inventar Ich habe einen Luck Upgrade, 100% Ja, und ich kriege einen Phantasia Bob Danke What the fuck, Aua Nein, 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 tschüss Oh Mann, bist du tot? Nein Alter, was bist du für ein Sch... Oh Phantasia Bob Soll ich den ficken? Und wo kommt dieser Magma Cube jetzt her? Hast du den gespawnt? Oh mein Gott, den darf ich ja gar nicht hitten Ja, ja, ja Warum kommt er dann zu mir nach hinten? Weiß ich nicht Oh, den Bob darf ich nicht hitten Nein Boah Habe ich schon richtig gestellt Nee, Mann Was ist das? Weißt du? Oh Und du? Dir passiert nichts Ja, doch ein bisschen Ich komme hier nicht raus Ernsthaft, jetzt ohne Scheiße Das finde ich echt gerade richtig uncool Was soll das? Kann man so viel Scheiß-Pack haben? So, ich töte mich jetzt selber Oh mein Gott Wow Die ganze Zeit spinnlich, Mann Oh mein Gott, ich sehe gar nichts mehr Ja, hoffentlich fällst du jetzt mal runter, endlich Das kann ja nichts wahr sein, dass du keine Scheiße bekommst Ich bin runtergefallen Jawohl, zum Glück Das schießt jetzt rechts So Warte Dann machen wir das alles ganz so und so Holy sheep Damit es noch ein bisschen schwieriger für dich wird Mach mal einmal So ein Hindernis Hey, was für ein Hindernis? Ja, ich habe deinen Weg gesprengt Wow Wow So Nein Dein Ernst Dein Ernst, Mann Ich raste gleich aus Das war Karma für den Weg sprengen Ohne Witz jetzt mal Richtig uncool Dass beim Bier nur Müll rauskommt Und du einfach durchrushen kannst Ich verstehe das nicht Ja, ich kann ja nicht komplett durchrushen Ich bin auch schon runtergefallen Aber halt nicht oft Was passiert jetzt? Was? Ey Das ist wieder das Das Bullshit Oh Bullshit Stirb doch jetzt endlich mal Oh nein Jetzt habe ich mich mit dem Ding Warwick angelegt Okay Alles gut Komm, fall runter Fall runter, mein Freund Oh, jetzt ist aber Basti ja doch nicht Alter Hä? Kam einfach nichts raus Warum Verdammt nochmal Stirb's Nein Was ist das? Ich habe nur Alter Du glaubst nicht Jetzt hat sich mein ganzer Weg abgebaut Und bei dir nichts Bei dir nichts Mann Holy shit Ich bin ein Lacker des 3000 Und wenn du gleich noch gewinnst Dann verstehe ich die Welt nicht mehr Ja, ich habe keine Waffe Ich habe nichts Bei mir kam nur Müll raus Ja, Lava Ja, du lebst trotzdem noch Nee Bin tot Jawohl Wenigstens etwas mal hier Bin tot Das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist gar nicht gut So, mach mal so Nein Das hat sich selber runtergehauen Wegen Knockback Alter Ohne Witz Ich wollte deinen Weg wieder zerstören Jetzt habe ich noch einen Schuss frei Stimmt, ich habe ja auch noch Schüsse frei, Basti Alter, halt die Schnauze ohne Witz Nein, nein Ich bin jetzt schon mega mad Weil bei mir Du hast deinen Weg gesprengt Hä? Du hast deinen Weg gesprengt Äh, bei dem Brunnen? Ja Ja, bei so einem Via-Ding Oh, beim Brunnen Ah, nee Nicht, nicht Du hast deinen Weg gesprengt Ja Nee, der hat sich abgebaut Ah, okay Alter, schwere Mann Präftig, präftig Äh, ist die Glocke am Arsch? Äh, kann sein, ja Ja, bitte Time Set Null Time Set Null ist Tool Oh, Betten Was passiert? Noch mehr Betten Alter, jetzt Achtung Was ist das? Oh, nice Oh, nice Oh, nice Nein Oh mein Gott, komm her Ich bin jetzt aber glücklich Mit dem, was ich hab, David Ich glaub, die Runde gewinn ich noch Okay Boah, ey Ohne Witz Drecksgas, Mann Komm, aufs Maul Hä, bist du noch nicht im Ziel? Nee, nee, noch nicht Jetzt Ende Ende Gelände Da mach ich Slash DM Ich mach Slash Leg 1 Dann darf ich mir noch meine Sachen hier nehmen Mann, 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 Mann Slash Spawn Point Und dann rüsten wir uns aus Und ziehen das an, Leute Ähm Das ist meine einzigste Rüstung Aber vielleicht hilft sie ja So Vielleicht hilft das da genauso Das haben wir ja noch Das haben wir ja noch Das haben wir ja noch Slash So 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 Nicht gut Ähm Wow 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 Was Nichts Gutes bekommen Nee, nee Nicht wirklich Ah, doch ein paar gute Sachen Und da Ja, das Ja, gut Dann Slash DM Muss mich noch vorbereiten So Ich gehe gegenüber, ne Natürlich Ja, ja Und dann Mach ich hier erstmal Das 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 Boah, ey Wenn ich das noch gewinne Dann bin ich glücklich Dann Das wäre schon Witzig auf jeden Fall Ich glaube, dann wärst du mega abgefallen Da kann man halt gar nichts draus machen Okay Ähm Was machen wir Wir machen das dahin Damit kann Spaß Die richtig aus dem Leben ficken Ja Und wir machen Slash Spawn Point Dann futter ich was Ich hab so zwei ganz nice Sachen Ja, ich wär ready Wärst du auch ready? Ja Dann Drei Zwei Eins Let's go Nooos Wo bist du? Hä? Wo bist du? Hä? Basti? Basti will Beef haben Basti will die Bomber Action haben Bomber Man Bomber Man Bomber Man Joooo Wow Oh, halbes Leben noch So Ja, dann mach ich das jetzt auch so Dass ich nur mit den Bomben drauffeuer So, bist du ready? Jo, go Du hast, wie viel Bomben hast du überhaupt? Don't know Okay Woa Woa Ich bin jetzt selber zerfickt Äh, hast du noch ein Leben weniger dann? Oder Nicht? Wir Entscheide du Mir ist egal Mir ist komplett egal Manche machen wir ja, dass wir uns selber töten Dann ein Leben weniger haben Und manche machen wir das ohne Nur Gegner Ist immer unterschiedlich Ja, dann lass mal mit Gegner kill Okay, gut Dann hast du noch zwei Leben So, los Hey, wo wirst du hin? Oh, da hinten Oh, der war einfach nur eine Bombe Das stimmt irgendwo oben Oh Hey, hast du keinen Schaden bekommen? Doch, ein Herz Jo Ich hab den Hast du noch ein Skill? Ja, ich hab den Headbutter Oh, lol Are you ready? Ja Hallo Keine Chance gegen diese Rüstung, gah Nee, das ist äh Ja, vielmehr Ja, die Rüstung ist gut Hallo, Wakba Ja, wow GG, Basti GG Ich hatte beim Raze halt einfach sauer das Pech Ja, beim Raze wollte ich grad sagen Beim Raze hat dazu mega das Pech Aber, gut Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst dem Video doch einen Daumen nach oben Einen Kommentar in den Kommentaren Und ein Abo da Wär mega cool Wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dann und tschüss Ciao Ciao Outro 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 Auf Outro Outro Bis zum nächsten Mal.